Die Traumbox ist bei mir, kommt dann aber nicht an. Tribute-Bands, die wir für Sie bekommen konnten, werden Ihnen heute richtig einheizen. Den Anfang macht einer, dessen Stimme durch Liter, ach, was sag ich, durch Deziliter Whisky gezogen wird, bevor sie auf eine Bühne darf. Bühne frei für die ganz großen Hits von John Cocker. Hier ist Cocker Inspiration. Viel Spaß! Vielen Dank! 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 Vielen Dank!